kommt ihr ein ton an oder nicht schlägt gerade gar nichts aus scheint zu funktionieren wahrscheinlich muss ich auch ein bisschen lauter reden heute ja was habe ich gemacht die letzten wochen nicht viel eigentlich so gut wie gar nicht gespielt ich hatte schlicht weg keine zeit was ich allerdings mal getan habe ist dass ich mich hier hingesetzt habe und mal die ganzen was installiert habe die mir zugesagt haben ja man sieht hier ist einiges passiert ich bin mal gespannt wie sich das auswirkt innerhalb des spiels was geht was nicht geht manche sachen leder im hintergrund gerade noch ja prinzipiell ist erstmal alles drin und dann gucken wir mal wie sich das spiel jetzt geändert hat diesbezüglich muss ich vielleicht mal noch umstellen ich hoffe auf dem kopfhörer nichts ach mann eh so warten wir kurz mal sehen was er gleich findet da höre ich was super ja ich habe beim rechner ein bisschen was rum gemerkt ich habe den alten speicher gewechselt die m2 festplatten dadurch eine 1 terabyte und eine 500 gigabyte drin und habe ich jetzt gewechselt zwischen zwischen in 22 terabyte platten da stehen rechner mit dem ich hier die videos mache auch extrem viel arbeite auch oder eigentlich überwiegend arbeite weil das ist ja auch arbeit hier brauchte ich einfach mehr speichern schlicht weg na dann gucken wir mal ich drücke auf fortsetzen in der letzten folge bin ich einmal schön gestorben das ist eine gute frage wir machen mal folgendes bestand laden 21 20 zur dritte 24 ja gestorben steht an die steile welches das ist karte weltversion schön wie tut die aussehen hab jeder ach man ich habe keine ahnung wo ich da gespielt habe das karte fortsetzen welche karte habe ich gespielt ich denke riverside war das wir laden unseren spieler her da fangen wir nicht mal neu an wenn es jemand interessiert guckt es euch einfach an wenn gut ist weiter das ist mehr bumme und da schauen wir mal der letzte charakter hat nicht mal einen tag gelebt oder anderthalb oder irgend sowas und der davor hat acht tage gelebt das war eigentlich schon ganz gut wir schauen mal sehen wie es mit den ganzen mods ist so ja 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 mach mal zu das ding das machen wir da hoch das machen wir da hoch das ist alles was am boden ist die hat ja war das ist zumindest schon mal der richtigen warte ja da hoff kann aber ohne weiteres nicht keine chance so was immer denn gelandet so denn der rote punkt man muss erst raus um zu sehen wo man es na gut hier machen wir folgendes talonschrott Nudelholz Trimhaushausen das war meine Waffe Dosenöffner geschockt hoch Dosen mit Bohnen Dosen mit Sardinen frische Milch Gefrierfach Ah, kann man hier drinnen bleiben Überteilt wesentlich nicht wie spät es ist Hier stellen wir mal rum auf Like a living Machen wir das Ding mal an Lautstärke so Okay Machen Kfz-Mischereinig Band 2 Jeans und Schlafanzug Bandage, Pflaster Ich habe noch ein Nisch Kfz-Mischereinig 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 alles bis zu schlechtes Nudelholz ausrüsten Becher brauche ich noch nicht Nahrungssuche Band 1 Zeitschrift Videospiele das habt ihr auch noch nicht cool die 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 das die 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 Okay. So, jetzt setzen wir den mal auf den Hut, ich weiß wollen nicht ob der mir was bringt. Warte, der hat es schon erwischt. Ich habe die Zeitroberhose auch Zustand isolieren. Was hat man denn gesehen? Zustand grün, grün, T-Shirt Zustand neu. auch Top. Und die Hose-Rotepunkte. Ah. Ah. Toph. Oh. 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 Ich hab noch mal was, oder? Ich hab noch mal was. Ich hab noch mal was. Ich hab noch mal was. Kugelsichere Weste. Eine Kugelsichere Weste, was hab ich denn hier? 30,55. 30,55, die ist noch voll in Ordnung. Nehmen. 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 Okay, dann machen wir folgendes. Dann geht das mal ins Haus. Schlafzimmer. Schlafzimmer ist hier. Und dann hauen wir erstmal alles hier rüber, was wir nicht brauchen. Das. 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 Äh. Oder was jetzt das wahrscheinlich hätte. Das. Achso. Nehmen. Das. 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 Schuhe brauchen wir nicht Schuhe brauchen wir nicht geschnürte Schuhe Stoffwetzen haben wir, Videospieler, Farben haben wir das sieht gar nicht so verkehrt aus wir machen jetzt mal folgendes wir waschen uns mal komplett durch ähm waschen du selber sehr geringe Verletzung so waschen alle Kleidung na gut machen wir aus und wir haben 15.20 ok 15.20 ok 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 Okay. Vielen Dank. 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 Nachts in Uhr gibt es ja gleich was. Ehe geht doch auch Sports. Backfleisch. Ich schick das mal rein. Sekundär. Dosenöffner. Hier gibt es ja. Hier gibt es was zum Lernen. Langeweile. Und ich habe hier. Und ich habe hier. Und ich habe hier auch keine Einkaufstasche. Was war das. Und ich weiß schon ein bisschen was war. Und ich habe hier. Und ich habe hier. Und ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Und ich habe hier. Und ich habe hier. mit meinem Batteriekabel, alles nehmen, alles nehmen. Okay. Mehr gibt es halt nicht, was? Ich muss meine Handzeigen haben. Gut. Gut. Unangenehm, heiß, schwer beladen, angespannt, nervös. Zeig mal her, wo wir jetzt sind. Ne, Mann, ich bin ja fast dort, wo ich hin muss. Ich bin ja fast. Klick auf die... Ne, bin ich verletzt. Okay. 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 So, mal geht's ja. Okay. 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 Heizer, 930 Fahrersitz, Zustand, Fahrwerk, Kraftstoffteile, kein Kraftstoff. Ich weiß ehrlich gesagt, noch nicht wie man mit Autos... Wir machen jetzt erst mal folgendes und zwar... Rundstift. Das haben wir gemacht. Und hier sind noch Waffentrenner. Okay. Da gibt es eine richtige Bibliothek, ich war verrückt. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na komm, renn her, Freundchen. Na, Kugelschreiber nehmen. Klarzeug machen. Na, ist ein bisschen komisch, aber naja, gut. Eine Maschen. Na, Kleidung, Nudelreiz. Gut, wir sind zumindest auch schon wieder sauber. Das ist schon mal weit, wie spät ist das? Ja. 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 Zeitung. Ja. Bräter, Teekessel, Brotmesser, Garkühe, Fleischerbräde. Alles nehmen. Alles nehmen. So, was gibt es denn zu essen? Frischen Käse, alles. Trinken. So, schwer beladen, angespannt, müde. Ja, das ist klar. Gut, Wasser. Okay, jetzt kriegen wir dort nicht mehr hin. Wir machen jetzt folgendes. Ja, 39 Minuten rum. Der erste Tag ist rum. Wir müssen den Wecker stellen. Warte, das gleiche Wecker stellen. Wo ist denn jetzt die Uhr? 5. 5. 5. 15. Aber, okay. Schlafen. Jo, Freunde, sag mal gute Nacht hier. Damit ist die Folge erstmal vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Like und Follow nicht vergessen. Tschüssi. 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 Tschüssi.